Hallo, ich bin Benni. Hier geht es um Menschenleben. In Krankenhäusern gibt es viele Immungeschwächte-Patienten. Um sie vor Infektionen zu schützen, muss auch das Trink- und Brauchwasser super aufbereitet sein. Gerade da, wo Warmwasser zum Einsatz kommt, finden aber Pilze und Bakterien, insbesondere Legionellen und Pseudomonen, optimale Bedingungen zur Vermehrung. Um alle Risiken auszuschließen, haben wir Helios Aqua Plus eingebaut. Es befreit das Wasser restlos von Keimen. Dadurch kann die Vorlauftemperatur von 80 auf ca. 50 Grad gesenkt und zusätzlich viel Energie gespart werden. Die Technologie wirkt vorbeugend und verhindert gleichzeitig die Bindung von Kalk im Rohrleitungssystem. Pilze und Bakterien, besonders Legionellen und Pseudomonen, werden durch den gezielten Einsatz von Ultraschall- und UV-Licht abgetötet. Ganz ohne Chemie. Sauberes Wasser für unsere Welt. Helios Aqua Plus. 2. 2. 3. 6. 7.